so leute das sind auch schon bei der nächsten aufgabe nämlich wildtiere ihr seht schon an meinem rücken aus und zwar ich habe mich von den jägermantel hergestellt womit die tiere nicht mehr angreifen und das geht ganz einfach indem ihr zwei knochen sammelt und ein stück fleisch dann kleidet ihr euch damit ein und dann geht ihr einfach zu dem dinosaurier hin drückt auch zähmen ist zwar ein bisschen nervig weil diese gerne weitergehen so hier und schon haben wir die aufgabe erledigt ich glaube die zwei kämpfen jetzt erstmal gegeneinander oder krieg ich noch gezähmt weil es gibt ja noch die lange aufgabe die zwei kämpfen nicht gegeneinander was los haben das gepächt sonst kämpfen die nämlich immer gerne gegeneinander weil es ultra nervig ist wenn man wirklich mal auf missionen geht und halt die wildtiere zähmen will wie gesagt so müsst ihr das ganze machen erst vorher entweder zwei hühner töten dann bekommt ihr zwei knochen und zwei fleisch dann geht er halt wie gesagt auch das fleisch drauf und dann könnt ihr wie ihr hier seht jedenfalls wenn ihr das fleisch dann anwält könnt ihr den jägermantel herstellen den müsst ihr anziehen und dann könnt ihr einfach zu den wildtieren hingehen wie es gerade gemacht hat geht hin und so habt ihr schon die aufgabe geschafft ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen werden support da lassen will natürlich gerne like da lassen wenn du kein abonnent ist gerne abo da lassen und natürlich auch gerne creator code eintragen aber ich denke das wissen ja alle und in dem sinne würde ich sagen euch noch viel spaß mit den aufgaben und haut rein